Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Resident Evil 2, zum Remake. Und in der letzten Folge sind wir ja von Mr. X geflüchtet. Und wir haben leider kein grünes Kraut mehr. Du scheiße. Wir haben noch Granate. Grünes, rotes Kraut. Packe ich mal da rein. Verstauen. Äh, kaum noch Money für irgendwas, ne. Belastend. Die zwei Teile brauchen wir. Hier gibt's nichts mehr, ne. Nö. Dann würde ich sagen, let's go nach oben. Brauchen ja die Schlüsselkarte, um hier rauszukommen. Okay, Shotgun haben wir keinen Schuss mehr. Belastend. Gut, für die Pistole haben wir ein bisschen was. An Money. Ah. Hier gibt's auch nichts mehr, ne. Zellen. Die kommen halt, glaube ich, dann alle raus aus den Zellen. Können sie sterben? Was ist das? Sie ist tot? Er ist bestimmt auch noch. Er ist auch tot. Was ist los? Ich hab keine Donuts. Er ist auch tot. Ich bring die jetzt schon mal um. Und da kommen, glaube ich, nicht so viele. Okay, sie sind mit einem Schuss down. So. Dann setzen wir das Ganze mal ein. Benutzen. Und benutzen. Platino hindrehen. Ach du Scheiße. Guck mal. Okay, irgendwas hab ich hier falsch gemacht, glaube ich. So, kann ich das? Aber das kann ich hier nicht drehen, oder? Warum kann ich denn das hier oben nicht drehen? Das ist ein bisschen belastend. Warte mal. So, dann drehen. Boah, wie war denn das? Rätsel jetzt. Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Ich probiere es nochmal neu. Abbrechen. Kann ich es nochmal zurücksetzen? Nee, ne? Äh, so. Dann hier entlang. Aber das hier lässt sich halt nicht drehen. Sagen wir mal. Muss ich das schlecht hier machen? Ah, hier ist jetzt Strom drauf irgendwie. Ah, jetzt stimmt's perfekt. Nein, das war eigentlich nur Zufall. Aber gut. Was ist das? Ohne Erste Hilfe-Spray genau, was ich brauch. Wann wir hier? Nein, nicht untersuchen, benutzen, Bruder. So. Bens Notiz. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, von denen ich Angst hab. Codename Tyrant. Die ultimative Biowaffe. Von den Misscannen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier rumwandert, die haben ihn wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Ja, aber das, das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich, ich finde, das ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kauen Sie, Annette, das interessiert auch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten oder... Dieses Interview ist vorbei. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte... Okay, das haben wir ja gerade gehört. Okay, Parkgarage haben wir endlich bekommen. Durch die Tiefgarage entkommen. Ach, du Kröne-Neuner. Warte mal. Scheiße, Aua. Bruder, mach doch nicht diesen Drecks. Drecks Mr. X, Alter. Lauf, Leon, lauf, Bruder. Nein, 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 nein. Scheiße. Äh, kommt. Lass mich hier raus. Loll, er hat einen Zombie zerschmiert. Oh, was? Oh, oh. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ich schätze, du hast die Karte? Ja. Und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Möglich. Ich glaube, Mr. X hat das auch überlebt. Oh Gott, hier schreit alles. Ja, ja, bin ja schon dabei. So, benutzen. Endlich raus hier. Wer trägt in der Zombie-Apokalypse bitte Highheels? Jetzt mal ehrlich. Kein normaler Mensch würde in so einer Apokalypse Highheels tragen. Ich bin mit Ada sprechen. Okay, hier hört sich das gerade an. Gibt's hier oben irgendwas? Nee, ne? Ah, Freiheit. Hier ist halt alles abgeriegelt. War das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Dun, Job, Kendo. Stehen wir, da müssen wir durch, oder? Kommen wir da nicht durch? Okay, wo wird denn das hin? Ja. Vielleicht können wir uns da ein bisschen aufrüsten mit Muni und so. Okay. Ja, natürlich haben die geplündert. Was ist das? Langer Lauf. Okay, warte mal kombinieren. Nice. Ab geht für unsere Pump. Noch eine Granate. Ich guck mich hier mal um. Ich brauch hier irgendwas. Muni wär halt nicht schlecht. Brief an den Ladenbesitzer. Kendo, du hast wohl deine Gründe zu bleiben. Ich hoffe also, dass du gut auf dich aufpasst. Wenn sie jedoch die Dinge verschlimmern und was an dein anderer Weg sich verschließt, weißt du, wo du mich finden kannst. Ich werde alles tun, was ich kann. Chill Valentine. Chill Valentine aus Resident Evil 3. Den kennen wir ja auch. Haben wir ja auch gespielt. Nicht bewegen. Ich werde ihr nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte sie jetzt, die Waffe zu sehen. Hölle durch. Sie bringen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie sie gekommen sind. Ich glaube, ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein, warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada. Lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drinbleiben. Daddy. Ja, Daddy ist hier. Bin hier. Okay? Die verfluchten Dinger da draußen. Sass du die uns an. Sie sind Kopf. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Umbrella. Umbrella. Mami schläft schon, Kleines. Okay? Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Boah, das ist so mies gerade. Boah, dann noch mit der Musik im Hintergrund. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Ich würde es auch nicht übers Herz bringen, glaube ich, meine Tochter zu was schießen. Auch wenn sie zum Zombie wird. Boah, richtig mies. Scheiße. Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Sollen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission, das steht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Wir überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Ich würde da gerne mal reingucken. So, aber ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Hier gibt es bestimmt noch irgendwas. Oder? Oder habe ich hier schon alles gelootet? Kann es ja eigentlich nicht sein, dass es hier so wenig Muni gibt. Aber anscheinend ja doch. Nicht mal Schrotflinkenmuni gibt es hier. Frechheit. Dann nehme ich gleich hier mal Graut. Dann geht es mir nämlich auch wieder als Suppi. Boah, das ist halt richtig mies, ne? Ich meine, ich glaube, ich würde es auch nicht übers Herz bringen, meine Tochter zu erschießen. Auch wenn sie infiziert wäre, kann ich da irgendwie rein. Ich würde echt mal interessieren, ob man, was da drin passiert ist. Ich glaube, das soll man nicht. Jetzt die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Wir haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Umbrella. Ich bräuchte mal ein bisschen Muni. Alles klar, Eda. Nicht Hälfte dabei. Ich meine, aber was ist mit ihren High Heels, Alter? Ich meine, ist schon sexy, aber... In der Zombie-Apokalypse halt total übertrieben, ne? Annette finden. Entschuldigung. Entschuldigung. Boah, das mit dem kleinen Mädchen, das war so mies, Alter. Vor allem kannte er, kannte er... Scheiße! Oh, ich sollte mal den Felskipp anmachen. Ein Alligator. Was zum Teufel! Oh, Gott weiß, was hier unten ist. Alles klar. Okay, ein Speicherraum. Dann packe ich das hier mal rein. Äh, blaues Kraut. Wir haben nur rotes und blaues Kraut, ne? Belastend. So, hier speichern wir mal kurz. So. Und dann gehen wir mal durch. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war irgendwie ein Riesenalligator oder so. Gibt's hier was? Hier müsste es was geben. Die voller Gießen. Wo kommst du, Eda? Wo gehst du jetzt? Gar keinen Bock. Warum macht er denn hier seine Taschenlampe nicht an? Ich seh ja kaum was. Mensch. Oh, Pistolenmoney. Okay, in der Kanalisation liegt einfach mal so Munition rum. Willkommen in Amerika. Alter. Also, ich würde gerne umkehren. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Oho. Oh, alles klar. Ich glaube, so war das. Dann greift er auf der anderen Seite ein. Blüte ist es nicht so schwer. Scheiße. Bruder. Nein. Oh, shit, man. Stirb. Fleischbrocken. Bäh. Boah, Alter, Egel. Ja, Leon, du sagst es. Noch eine Granate. Nice. Boah, Alter, was ein Dreckviel, ne? Okay, wo geht's hier weiter? Ach, da oben. Hier gibt's aber auch nix mehr. Okay. Ja, dann lass mal runter. Danke. Danke. Kann ich hier irgendwo speichern? Hallo? Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster. Nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Na dann, let's go. Hoppen nach unten. Umbrella verkauft Monster, wie das da an Fäden? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. Oh, ich hab ja viel Schuss. Ich würde gerne speichern. Speichern? Naja, anscheinend darf ich hier nicht speichern. Doch, hier kann ich speichern. Gibt's hier irgendwas? So. Gut, dann würde ich sagen, dann war's das mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit.